So, wir sind hier gerade im Buchholz, dann wollen wir mal den Markus holen. Der kommt da nämlich gerade hin. Ich brauche mal Kuchen. Wow, das kippt zusammen. Man sollte sich immer ganz gesund ernähren. Besonders von Schokolade, ne Markus? Ja. Maggie ist schokoladensüchtig, glaube ich. Cappuccino, Cappuccino, Cappuccino. Hier ist Kakao drin. Die Dinger behalte ich ja hier, damit ich die dann da reinfüllen kann. Achso. Capiche. Maggie. Brot kann liegen bleiben. Brot. Einmal hier auf die wunderschöne Stadt Hamburg, äh Buchholz. Das ist, das ist... Ich muss Bilder. Brot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020